Liebe LEGO-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns das X-Men Set an, das neue große, welches am 1. November erscheinen wird. Vor ein paar Tagen gab es da ja schon erste Leak-Bilder. Jetzt hat LEGO die X-Menschen aber auch ganz offiziell vorgestellt. Das Set hat die Set Nummer 76294 und wird 329,99 Euro kosten. Der Preis ist damit also auch bestätigt, der für meinen Geschmack etwas hoch angesetzt ist. Wir haben hier nämlich auch gerade mal 3093 Teile, aber auch 10 Minifiguren, was jetzt bei Marvel-Sets in dieser Größe aber auch nicht sonderlich viel ist, wenn wir da zum Beispiel an den Daily Bugle oder den Avengers Tower denken. Die erste Figur, die hier in diesem Set enthalten ist und die wahrscheinlich auch in keinem X-Men Set fehlen darf, ist Wolverine. Hier haben wir allerdings dieselbe Version, die wir Anfang des Jahres auch schon im X-Jet hatten. Das heißt, die etwas detailärmere, die, die keine Dual-Molded-Beine hatte. Da ist ja die Version aus der Sammelfiguren-Serie, die letzten September, also vor einem Jahr heraus kam, besser gewesen. Die zweite Figur hier drin ist Charles Xavier Professor X in seinem gelben Schweberollstuhl. Das sind allerdings auch keine neuen Figuren-Teile. Das heißt, wenn ihr euch das Set nicht unbedingt kaufen wollt, könnt ihr den auch ganz einfach selber zusammenstellen. Ich finde das ein bisschen schade, gerade bei dem Kopf. Das ist ja einer, der uns gerade auch bei Superhelden-Themen schon sehr, sehr lange begleitet. Ich weiß gerade gar nicht, zu wem der ursprünglich mal gehörte. Ich glaube, es war Lex Luthor aus den DC-Sets der Gegenspieler von Superman. Ich kann mich aber auch irren, aber der Kopf ist eigentlich auch nichts Besonderes bei Lego. Schade, hier hätte ich mir irgendwie was Eigenständigeres für Professor X vorgestellt. Gerade auch, weil er ja hier das erste Mal in Lego-Form auftaucht. Nicht ganz das erste Mal dabei, aber irgendwie doch ist dann die nächste Figur. Das ist Jean Grey. Die gab es auch noch nicht so wirklich in einem Lego-Set. Den Charakter gab es allerdings auch schon mal auf der San Diego Comic Con. Als so eine Sammelfigur kennt ihr sicherlich. Die ist allerdings dann auch dadurch einige tausend Euro wert. Hier kann man sie jetzt deutlich günstiger bekommen. Ist, denke ich mal, auch ziemlich schön für alle X-Men-Fans und Figuren-Sammler. Dann haben wir als nächstes Cyclops. Das ist obenrum auch dieselbe Figur, die wir vom Anfang des Jahres aus dem X-Jet kennen. Hier hat er jetzt allerdings bedruckte Beine. Das war ja im Januar noch nicht der Fall. Die nächste ist dann Storm. Das ist eine ähnliche Figur, wie wir sie schon im letzten Jahr bei der Sammelfiguren-Serie hatten. Allerdings ist die hier, würde ich sagen, sogar ein bisschen hochwertiger. Denn ihr Cape, was sie ja um die Hände trägt, da ist diesmal so ein goldener Rand aufgedruckt. Also das sieht schon ein bisschen cooler aus, als das in der Sammelfiguren-Serie war. Dann kommen wir zu einem Fanliebling, Gambit, den es hier auch erstmals in Lego-Form gibt. Der wird sicherlich auch sehr, sehr beliebt sein, kann ich mir vorstellen. Die Figur sieht auch cool gemacht aus in meinen Augen. Dann haben wir Rogue, das ist eine Figur, die genauso auch schon im X-Jet Anfang des Jahres vorkam. Dann haben wir zwei vollkommen neue Charaktere, einmal Iceman und Bishop. Die gab es so auch noch nicht bei Lego. Sehen für meinen Geschmack aber auch ziemlich gut gestaltet aus. Zuletzt haben wir da noch Magneto. Den gab es ja auch schon im X-Jet. Das ist hier allerdings eine andere Variante. Der hat hier diesmal seinen Helm dabei. Im X-Jet waren es ja noch Haare und das Cape ist diesmal auch nicht aus Stoff, sondern aus so einem Gummi-Material. Und letztendlich haben wir, das ist zwar keine Minifigur, aber irgendwie zählt es trotzdem dazu, noch einen Sentinel. Den gab es ja vor x Jahren auch schon mal. Das hier ist jetzt aber eine vollkommen neue Version. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Kopf hier offenbar nicht kompatibel mit der Version ist, die bei der Wolverine-Sammelfigur dabei war. Da war ja auch so ein zerstörter Sentinel-Kopf dabei. Aber das hier scheint ein größeres Teil zu sein, was hier verwendet wird. Also da ist die Kompatibilität nicht unbedingt gegeben. Dann schauen wir uns mal die X-Mansion etwas genauer an. Wir haben hier, wie wir ja schon durch die Leaks wussten, ein neues Marvel-Modular-Building. Das heißt, das Ganze beinhaltet auch solche Aufnahmen für Technik-Pins, sodass ihr das Gebäude dann mit den normalen Lego-Icons-Modular-Buildings, aber auch mit den Lego-Marvel-Gebäuden, sprich dem Sanctum Sanctorum, dem Daily Bugle und dem Avengers Tower verbinden könnt. Das ist hier alles möglich damit. Die Schule ist 38 Zentimeter breit, 27 Zentimeter hoch und 25 Zentimeter tief. Und wenn ich mich nicht irre, ist es damit auch eigentlich ziemlich das kleinste Marvel-Gebäude, was wir von Lego bekommen haben, zumindest was die Höhe angeht. Da ist das Sanctum Sanctorum höher, das ist dafür dann aber ein bisschen schmaler. Da ist hier die Schule breiter, aber gegen die beiden Türme, Daily Bugle und Avengers Tower, ist das hier natürlich nichts. Aber es kommt ja auch auf das Innenleben drauf an. Da ist einiges los hier in der X-Mansion, denn wie schon vermutet, gibt es hier auch Klassenräume, Wohnunterkünfte, Cerebro ist dargestellt. Es gibt auch den Danger Room, wo dann die X-Men trainieren können. Und das Witzige hieran ist, dass es vier verschiedene Wände gibt, die ihr da austauschen könnt. Einmal mit so Kreissägen, Raketen, Laserstrahlen und alles sowas. Und da könnt ihr dann je nachdem das Trainingsprogramm der X-Men anpassen, sozusagen. Dann gibt es auch noch ein Unterrichtszimmer. Das ist ja eine Schule für Mutanten. Die sollen da ja auch was lernen. Hier dargestellt ist dann auch auf so einem Screen. Es ist First Class Online. Also das scheint hier noch Corona zu sein bei den X-Men. Die müssen Online-Sitzungen machen, um was zu lernen. Da ist dann auch Beast dargestellt. Der blaue Mutant, der ist hier leider irgendwie nicht in dem Set drin. Den gab es zwar auch schon in der Sammelfiguren-Serie, aber ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass das ja auch ein ziemlich wichtiger Charakter ist. Und den hätte ich hier drin eigentlich auch gern noch gesehen. Weil, wie gesagt, zehn Figuren ist jetzt, hört sich zwar erstmal nicht so wenig an, aber irgendwie, wenn man mal vergleicht mit dem Avengers Tower, klar, der ist größer und teurer und so weiter und so fort. Aber da waren, glaube ich, über 30 Figuren drin. Also wenn man will, dann geht es eigentlich auch. Lustig hier an dem Bild ist auch, wie Wolverine da so ein bisschen durch das Fenster creept. Weiß ich aber nicht, ob sie das nicht vielleicht hier Rogue mit Jean Grey verwechselt haben. Das wäre dann, glaube ich, noch ein bisschen witziger, wie Jean da mit Cyclops erzählt und Wolverine schaut so traurig durchs Fenster rein. Ähnlich witzig ist das nächste Bild hier vom Schlafquartier von Wolverine. Das Meme kennt ihr sicherlich, wie Wolverine im Bett liegt und da auf sein Bild guckt, auf sein Eingerahmtes. Das könnt ihr hier also auch darstellen. Oben drüber hat er noch sein Schwert aus seinen Zeiten in Japan. Soll, denke ich mal, so ein kleines Easter Egg darstellen dann. Ansonsten gibt es im Außenbereich natürlich auch noch einiges zu erleben. Es gibt so eine kleine Funktion. Da befindet sich ein Hebel am Dach des Hauses, womit dann oben diese Kuppel in der Mitte abgesprengt werden kann. Wenn Magneto angreift oder so, weiß ich jetzt nicht, ob das auch in der Serie so vorkam. Aber hier auf dem Bild sehen wir auch, da sind solche Kreuze auch überall verteilt. Nicht nur am Dach selber, sondern auch unten herum im Vorgarten sozusagen gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wo man sowas befestigen kann. Und das hängt wieder damit zusammen, dass hier jede Menge dieser durchsichtigen Stangen verbaut sind, sodass man die X-Men fliegen lassen kann. Es gibt ja auch eine umfallende Laterne, so ein wegfliegender Wasserhydrant. Also da ist schon, man kann das schon alles sehr, sehr schön in Szene setzen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, wenn Lego das so macht. Das Ganze kennen wir ja auch schon zum Beispiel aus dem Spider-Man-Diorama-Set, wo da auch auf dieselbe Art und Weise Charaktere zum Fliegen gebracht wurden. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Rückseite des Hauses, um das mal beispielhaft anzusprechen. Ihr habt es ja sicherlich auf den anderen Bildern auch schon gesehen. Es wird wieder jede Menge Sticker geben. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. In dem Falle dienen sie aber meistens dazu, so einzelne Easter Eggs nochmal darzustellen. Da gibt es zum Beispiel so ein Fahndungsplakat von den X-Men oder auch so ein Werbeposter von Nightcrawler. Also ganz, ganz viele Sachen, die dann hier eben leider natürlich durch Sticker dargestellt werden. Drucke werden sicherlich schöner, aber das sind wir bei Lego ja mittlerweile auch schon gewohnt. Alles in allem ist das hier also für X-Men-Fans wahrscheinlich das ultimative Set, was man von Lego bekommen kann. X-Men ist ja sowieso so ein Thema, was sich sehr oft gewünscht wurde. Jetzt haben wir hier also die Schule. Nichtsdestotrotz finde ich den Preis von 330 Euro wirklich sehr, sehr hoch gegriffen. Ich glaube, so mit 250 Euro wäre das auch in Ordnung gewesen, das Ganze. Allerdings weiß Lego offenbar auch darum, dass der Preis schon sehr hoch ist, denn man hat offensichtlich noch ein GWP parat, welches heute auch ein bisschen für mich überraschend aufgetaucht ist, nämlich Cerebro. Das ist ja diese Maschine, würde ich sagen, mit der Charles Xavier Professor X seine Kräfte nochmal verstärken kann und dann die praktisch auch auf der ganzen Welt einsetzen kann. Diese Maschine ist eigentlich auch schon in der X-Mansion angedeutet und Charles ist ja da natürlich auch drin. Aber das gibt es dann hier in einer anderen Version auch nochmal extra, wie so ein ganz kleines Diorama. Vorne steht auch Cerebro drauf, dass man sich dann vielleicht nochmal daneben stellen kann. Der Charles hier hat auch andere Kleidung an. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das der aus der Animationsserie ist. Der sieht für mich irgendwie so ein bisschen wie der Charles eher aus, den wir aus den Live-Action-Filmen kennen. Problem hieran ist halt nur wieder, dass das Set auch in so einem hässlichen gelben Karton verpackt ist, der natürlich auch sehr dünnes Material hat. Das heißt, wenn ihr euch das zum Beispiel nach Hause bestellt, besteht die Chance, dass das einfach auf dem Versandweg schon kaputt geht. Was ja dann auch sehr, sehr schade wäre, weil ich finde, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, dieses GWP hier. Ich würde sogar sagen, das ist eins der besten, was wir in diesem Jahr von Lego bekommen haben. 153 Teile hat das Ganze. Ob Sticker beiliegen, ist bislang noch nicht ersichtlich. Ich würde fast nicht davon ausgehen. Also dieses Cerebro vorn drauf, das sieht schon irgendwie aus wie ein Druck. Charles schaut da auch auf so einen Bildschirm. Das könnte vielleicht der einzige Sticker sein. Das ist ja so eine blau-transparente Fliese, also dass da dann dieses Gesicht von der anderen Figur, mit der er sich da offenbar unterhält, draufgeklebt wird. Das kann sein. Ich hoffe aber trotzdem einfach mal, dass es ein Druck ist, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es ein Sticker. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wer diese Figur darstellen soll. Es könnte Jubilee sein aus der Serie, aber so genau kann ich euch das leider aktuell auch noch nicht sagen. Falls ihr deine Vermutung habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr einmal dabei seid, könnt ihr mir auch gleich schreiben, wie ihr die X-Menschen findet. Denn wir sind jetzt am Ende dieses Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal.